Aber der Prozess ist vorbei. Jason wurde freigesprochen. Ja. Der Detailer hat gesagt, es wird keine Stelle frei bei Defqo in absehbarer Zeit. Ich stecke bei Bravo fest. Das tut mir leid. Dann sind wir wieder da, wo wir vor einem Jahr waren. Oh, das ist Hannah. Sie, sie hatte einen Arzt. Ja, ist unwichtig. Es ist nicht genau wie vor einem Jahr. Ja. Ist das wieder ein Zeichen? Es kommt mir vor, egal wie sehr wir uns anstrengen, die Sterne, die stehen einfach nicht günstig. Als ich in Texas war, haben alle gedacht, Hannah und ich wären ein Paar. Und hier darf niemand wissen, was zwischen uns beiden ist. Das ist nicht fair. Nein, ist es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Weißt du, wenn ich einen Cent hätte für jedes verdammte Hindernis, das uns in den Weg gelegt wurde? Ich denke langsam, wir sind an einem Punkt, wo es mehr Gründe gibt, sich zu trennen, als zusammenzubleiben. Es ist ein Punkt, um in der Lage, in der Lage zu bleiben. Es ist ein Punkt, um die Bedeutung zu tun. Es ist ein Punkt, um mich zu verlieren, dass ich in den Weg gelegt habe, zu nein, dass ich in den Weg gelegt habe. Und wenn wir an diesem Punkt wohnen, dann authentische Beschäftigung sind, uns in den Weg verявowert.